Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Lara und ich haben die Jungs gerade in den Kindergarten gebracht. Mein Mann ist heute in aller Herrgottsfrühe schon los nach Frankfurt gefahren. Ich fahre jetzt direkt wieder heim. Ich habe den ganzen Tag das Gefühl, dass ich so ein kleines Haar oder irgendwas im Auge habe. Ich habe aber schon geguckt, da ist nichts. Ich hasse es, wenn man so ein Gefühl hat und man findet aber nichts. Na ja. Lara hat bis um 8 Uhr geschlafen. Ich habe sie auch gelassen. Wenn sie das so wecken, nur damit die Jungs früh im Kindergarten sind, ist ja völliger Schwachsinn. Die Jungs waren schon um 6 Uhr morgens wach und haben im Kinderzimmer jetzt gespielt. Also manchmal ist es echt früh, was sie da fabrizieren mit mir aufstehen. Also völlig übertrieben. Egal. Ich werde jetzt erst einmal Lara frisch machen. Ich habe sie nämlich mit ihrem Pyjama. Ich habe sie nur gewickelt und habe sie dann in ihrem Pyjama noch gelassen und sie in so einen Winteranzug reingesteckt. Genau. Ich werde sie gleich mal frisch machen. Und dann starten wir mal in den Tag. Ich habe mir für heute einiges vorgenommen tatsächlich. Ich muss heute etwas drehen. Dann möchte ich heute zwei Vlogs online stellen, weil ich gestern mein Video nicht online gestellt habe. Ich bin gestern ganz spontan, weil ich so gefroren habe, abends in die Badewanne gegangen. Wirklich abends um 7 Uhr bin ich in die Badewanne gegangen. Und bin erst um 9.30 Uhr oder sowas, 9, 15, 9.30 Uhr, irgendwie sowas, bin ich erst rausgekommen. Und da habe ich halt eben noch ein bisschen mit Lara, nicht mit Lara gespielt, aber wir haben sie, sie ist nämlich vorher eingeschlafen, weil sie so, so müde war. Da habe ich es mir mal gesagt, ganz ehrlich, lasse ich schlafen. Dann ist es halt eben so, weil das Ding ist halt immer, wenn sie zu früh einschläft, dann wacht sie irgendwann mitten in der Nacht auf und will dann eine Flasche haben. Wenn sie aber so gegen 9 ist eigentlich so unsere Zeit, zwischen 8.30 Uhr und 9 geht sie normalerweise schlafen. Davor bekommt sie, also so ab 8, 8.15 Uhr kriegt sie ihre letzte Flasche, dann wird sie gewickelt und so weiter. Und das ist dann, geht dann so, ja, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr ungefähr, ist es dann so weit, bis sie dann halt eingeschlafen ist. Genau. Und gestern kam er dann aber zu mir rein und meinte, die ist so müde, ich habe sie gewickelt, die ist beim Wickeln schon eingeschlafen, so, ja. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, dann lasse ich schlafen. Und dann haben wir aber um 8.30 Uhr sie hochgenommen und ihr eine Flasche gegeben. Und sie hat das wirklich gefühlt im Schlaf getrunken. Dann haben wir sie hingelegt und sie ist direkt eingeschlafen. Und sie hat dann dadurch, dass sie, weil sie hätte sonst um, sie hat um 5 Uhr nachmittags die letzte Flasche gehabt. Und es wäre die nächste um 9 gewesen. Hätten wir sie aber durchschlafen lassen, hätte sie sich irgendwann um 1, 2 Uhr morgens oder sowas gemeldet. Und dadurch, dass wir ihr dann aber um 9.30 Uhr die Flasche gegeben haben, hat sie dann bis heute Morgen geschlafen. Um 5.30 Uhr hat sie sich gemeldet für eine Flasche. Also super. Genau. Ja, das war der Abend gestern. Und irgendwie lag ich dann, als alles so fertig war und ich dann irgendwann mal mich so hingelegt habe auf die Couch, um irgendwas zu gucken. Das war dann irgendwann um 10. Ist mir dann gedämmert. Oh, du hast vergessen, ein Video online zu stellen. Ich habe es einfach komplett verpeilt. Ja, deswegen werde ich jetzt das Video von gestern direkt jetzt gleich online stellen. Und dann aber noch ein zweites Schneiden, für das ich das dann heute Abend online stelle. Ja, das ist der Plan. Ich hoffe, ich kriege es hin. Genau. Aber momentan hat sie richtig gute Schlafphasen. Also wirklich alle, wenn sie zwei Stunden wach war, dann schläft sie für mindestens zwei Stunden. Wenn sie dann heute auch alle zwei Stunden für zwei Stunden schläft, denke ich, dass ich alles ganz gut hinbekomme. Also ich muss, wie gesagt, was drehen, ein Video schneiden, etwas für Instagram produzieren. Meine Haare waschen ganz dringend. Die sind echt dirty. Ich muss ganz dringend meine Haare heute waschen. Und ich habe heute früh, in aller Herrgottsfrühe, weil ich war ja dann auch so früh wach. Ich bin dann immer wach, wenn die Jungs wach sind. Habe ich eine Nachricht an meinen Friseur geschrieben. Und habe gesagt, Leute, it is soweit. Ich brauche einen Friseurtermin. Allerdings Samstag, wenn es irgendwie machbar ist. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass die die nächsten Samstage ausgebucht sind. So spontan Termine zu bekommen kann klappen, wenn irgendwie ein Termin abgesagt ist. Aber sonst muss man eigentlich schon so rechnen, dass man mal drei, vier Wochen warten muss. Aber für einen Samstagstermin kann sein, dass es sogar noch länger dauert. Ja, mal sehen, ob ich irgendwie was bekomme. Vielleicht ist ja irgendwie eine Lücke oder keine Ahnung was. Ich will halt unter der Woche, macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich irgendwie... Weil es ist ja in Mannheim, by the way. Zu meinem Salon Latte fahre ich. Und wenn ich dann da den ganzen Tag weg bin und den ganzen Tag Lara bei meinem Mann gelasse, der eigentlich arbeiten muss, ist das nicht so cool. Deswegen, das funktioniert nicht. Samstags kann ich das mal machen. Aber ist auch doof. Was heißt auch doof? Voll übertrieben. Ich weiß, dass alles in Ordnung ist und dass er das rockt und so weiter und so fort. Aber ja, ist schon so leichtes, schlechtes Gewissen dahinter, definitiv. Ja, aber ich muss, ich muss, ich muss irgendwas machen. Ja, und ich habe heute Morgen diesen Rasierer, den ich euch mal bei dm gezeigt hatte, diesen Estrit, wird er so ausgesprochen? Estrit? Ich glaube schon. Bestellt. Und zwar habe ich den, der kostet ja beim dm 11,95 oder sowas. Und diese Tasche dazu kostet 6,95. Ja, genau. Und ich habe dann aber online geschaut und mir einen Code rausgesucht und habe jetzt sozusagen dieses Täschchen für 6,95 gratis bekommen. Und bei diesem Starter-Set ist halt eben dieses Handteil, dann zwei Rasierklingen und so ein rundes Ding, wo man den Rasierer aufhängen kann. Genau. Und man kann auch auf der Seite noch ein Abo abschließen, dass man regelmäßig alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle drei, vier Monate, man kann wirklich sich aussuchen, dass man sich, dass man die Rasierklingen nach Hause geschickt bekommt oder man kann es komplett pausieren. Ich habe es jetzt mal eingestellt für in vier Monaten oder sowas, weil ich den jetzt erst mal testen möchte und dann halt entscheiden will, ungefähr, wie lange hält denn so eine Rasierklinge. Aber ich habe ja jetzt erst mal zwei Stück und für den absoluten Notfall, falls ich irgendwie keine haben sollte, kann ich die ja auch im dm besorgen, theoretisch. Es gibt auch neue Farben in so einem krassen, schönen, grellen Pink. Da habe ich überlegt, das zu nehmen, aber ich bin dann doch bei Rosa geblieben. Ich finde den Rosa dann einfach so schön, so fürs ganze Jahr. Genau. Also den Rosa habe ich mir den bestellt. Der hat eine relativ lange Lieferzeit. Heute ist ja der vierte und der soll aber erst irgendwann zwischen dem zwölften und vierzehnten oder sowas kommen. Keine Ahnung. Also der hat echt eine Lieferzeit. Ich glaube gelesen zu haben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, dass der aus Schweden kommt. Bin mir aber nicht sicher. Ich kann da noch mal schauen. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt endlich bestellt und ich bin echt gespannt. Ich hatte ja auf Instastory gefragt, ob ihr den kennt, beziehungsweise ob ihr den habt und so weiter. Und ich habe wirklich eine Nachricht hatte mir geschrieben, dass er so ganz okay ist, aber jetzt nichts Besonderes als alle anderen Rasierer, die man kennt, aber dass der wirklich richtig gut gegen Rasierpickel sein soll. Und wir sind ja meine Süße. Und das haben wir auch, also es war nur diese eine Nachricht und alle anderen, die mir geschrieben haben, und ich habe echt viele Nachrichten bekommen, haben alle gesagt, dass der so, so, so gut ist. Also alle haben geschrieben, richtig guter Rasierer, den besten, den sie je benutzt haben, gar keine Rasierpickelchen mehr, und ich finde gerade im Intimbereich ist so Rasierpickelchen so ein Thema, egal wie toll ein Rasierer ist in der Vergangenheit, egal was ich benutzt hatte, hatte ich da immer trotzdem, nicht extrem, aber so ein bisschen Problemchen mit. Und auf jeden Fall, dadurch, dass ich immer gehört habe, dass der ja so toll gegen Rasierpickel sein soll, und das haben mir jetzt wirklich ganz viele von euch auch geschrieben, möchte ich den einfach testen und dann werde ich euch ein Feedback geben. Genau, aber falls jemand von euch Interesse hat an dem, in der Infobox findet ihr einen Link, wo ihr dieses Reise-Etui, wie gesagt, für sieben Euro dann praktisch gratis bekommt. Das fand ich ganz cool. Und ja, so, jetzt gehen wir mal rein, meine Süße. Dann werde ich mal umziehen und irgendwann frühstücken und in den Tag starten und wenn sie wieder schläft, dann werde ich, ich glaube, als allererstes mal meine Haare waschen und ja, ich dachte, es fängt gerade an zu regnen, aber nein, ich habe nämlich alle Fenster aufgerissen im Haus, dass es einmal schön durchlüftet. Jetzt mache ich gleich alles wieder zu. Soll heute nämlich, also jetzt gerade nicht, ich habe noch extra im Wetterbericht nämlich geschaut, aber ab 10 Uhr soll es durchgängig bis heute am späten Nachmittag regnen. Richtig ätzend. Braucht kein Mensch, aber naja, müssen wir durch später, wenn wir die Jungs abholen, gell, Süße? Dann melde ich mich einige Stunden später. Leute, ich sage es euch heute ist ein Tag. Ich muss heute so oft niesen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich krank werde. Ich habe aber das Gefühl, dass langsam, langsam die Allergiesaison anfängt. Wer hat darauf bitte Lust? Oh mein Gott. Ich habe heute Morgen oder beziehungsweise heute relativ viel gechillt, muss ich zugeben. Ich war heute Morgen eigentlich die ganze Zeit am Esstisch, habe da gearbeitet, habe direkt in der Früh meinen Blog online gestellt, E-Mails beantwortet, zweites Video angefangen zu schneiden und, 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 und. Oh Gott. Irgendwann habe ich mich auf die Couch gesetzt und mich zugedeckt, weil mir wieder so kalt gewesen ist. Ich habe dann da mit Lara immer wieder gespielt. Sie hatte aber immer wieder auch ihre Schlafphasen. Und in den Schlafphasen habe ich sowohl gearbeitet als auch gechillt. Tatsächlich. Ich habe nämlich seit ein paar Stunden so untere Rückenschmerzen, wie wenn jemand hinter mir mir so voll in den Rücken gekickt hätte. So einen richtigen Kick. So fühlt sich das an. So richtig im unteren Rücken, so ungefähr so 20 Zentimeter. Aber das tut wirklich richtig, richtig weh. Also richtig, wenn ich so tief einatme, tut es auch weh. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe immer wieder geschaut, wenn ich sie zum Beispiel hochgehoben habe, aber hat es auch hinten im Rücken echt gut gezogen und weh getan. Wie wenn ich mich irgendwie verhoben hätte oder sowas. Aber es war nichts gewesen. Also ich habe keine Ahnung, woher diese Schmerzen kommen. Also die sind wirklich intensiv, sagen wir es mal so. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe eigentlich soweit alles erledigt, was ich mir vorgenommen hatte, außer meine Haare zu waschen. Das möchte ich aber unbedingt noch machen. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten anstelle. Aber hier ist es dann rennen. Ich werde jetzt mal schauen, gleich, wenn ich nach Hause komme, wenn die Jungs am Spielen sind, dass ich Lara zu mir ins Badezimmer lege und mal, ich mache auch ohne Hake und sowas, einfach eine schnelle Haarwäsche nur. Lara schläft aktuell. Ich habe das Babyfum bei meiner Schwester gelassen. Und ja, vielleicht, wenn wir nach Hause kommen, wasche ich direkt meine Haare. Vielleicht schläft Lara ja noch, weil wenn die Jungs nach Hause kommen, die rennen meistens immer direkt ins Kinderzimmer und spielen dann mit dem weiter, was sie morgens halt eben angefangen hatten. Das Kinderzimmer sieht auch aus. Überall irgendwelche gebauten, aufgestellten Sachen und so weiter sofort. Deswegen denke ich, die werden da weitermachen. Dann kann ich mal schnell für den Hut meine Haare waschen. Ich wollte sie nämlich, ich hatte jetzt so von einer Stunde ungefähr Zeit gehabt, aber das Blöde ist, ich wusste, dass ich rausgehe und dann habe ich so keine Lust. Später ist es so, oder jetzt, wenn ich meine Haare wasche, dann weiß ich, ich habe keinen Zeitdruck, meine Haare zu föhnen. Weil wenn ich mit frisch gefüllten Haaren oder leicht nassen Haaren rausgehe und heute ist es halt eher kühler und ein bisschen windiger, ich werde sofort krank. Ich bin da richtig empfindlich. Also da kriege ich echt, wenn ich einen Zug habe, dann geht es echt ab. Deswegen schaue ich immer, dass ich das vermeiden kann und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich dann gesagt habe, so nee, komm, ich mache das später. So, jetzt höre ich aber erstmal die Jungs ab und dann gucken wir mal, wie wir uns den Nachmittag schön gestalten werden. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, Freitag. Der Mann hat schon gesagt, Gott sei Dank ist Freitag, er braucht wieder das Wochenende. Obwohl wir ja eigentlich langes Wochenendefeiertag und alles hatten, aber irgendwie. Ich habe gestern die Jungs vom Kindergarten abgeholt. Dann haben wir unten gespielt, gemacht, getan. Lara ist irgendwann müde geworden. Dann habe ich sie hingelegt zum Schlafen. Ich hatte, die Jungs waren dann im Kinderzimmer gewesen. Ich habe währenddessen meine Haare gewaschen und mein Gesicht ausgereinigt. Das habe ich schon lange nicht mehr, lange nicht mehr gemacht. Und zwar, nicht irgendwelche Pickel gedrückt. Es sieht jetzt nämlich noch sehr, sehr krass aus. So sieht man auch aus, wenn man von der Gesichtspflegereinigung, also professionell sozusagen, rauskommt. Da sieht man immer erst die ersten zwei, drei Tage aus wie ein Streuselkuchen, weil dann noch alles hinterher rauskommt. Ich habe wirklich keine Pickel gedrückt, sondern ich habe Mitesser, Unterlagerungen, sowas habe ich. Gerade diese Poren, da sammelt sich immer sehr, sehr viel drin. Da habe ich alles sozusagen rausgeholt. Genau. Und mir dafür tatsächlich sehr viel Zeit gelassen, weil ich habe das alles mit einer Nadel gemacht. Also ich habe jedes Ding, was ich sozusagen aufmachen wollte, habe ich angestochen und dann mit so einem bestimmten Tool rausgeholt. Also ich habe nichts mit den Händen gedrückt sozusagen. Genau. Deswegen, das war echt eine Zeit lang Arbeit, aber die Jungs haben die ganze Zeit im Kinderzimmer gespielt und es war halt die Schlafenszeit von Lara. Und als ich damit fertig war, bin ich gerade runter und wollte den Jungs sagen, so jetzt räumt mal auf. Wir machen dann jetzt bald Abendessen. Da ist auch Lara wach geworden. Genau. Also ich habe sie dann zu mir runtergeholt in den Hochstuhl und habe sie zu mir in die Küche gesetzt und habe dann für die Jungs Abendessen gemacht und die haben währenddessen ihr Zimmer aufgeräumt. Als sie fertig waren, haben wir dann zusammen Abend gegessen und als wir gerade angefangen haben mit dem Abendessen, ist auch mein Mann nach Hause gekommen. und dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit verbracht, aber dann sind die Jungs auch relativ zeitnah ins Bett. Das war der gestrige Abend, da habe ich mich noch nicht, also habe ich mich nicht mehr gemeldet. Ich habe so richtig rote Backen, weil ich hier natürlich sehr ausgereinigt habe. Ich habe dann danach auch ein sehr grobes Körnerpeeling, Kaffee-Körnerpeeling von Hello Body, die das genommen und richtig intensiv gepielt, gepielt, gepielt und mich danach richtig fett erst mal mit Misthaff eingesprüht und danach die Nachtcreme von JaPo da drauf gemacht, weil die auch entzündungshemmend ist. Genau, also die ist richtig gut, ist ja so eine Nachtcreme, aber auch so eine Nachtmaske, also so eine Maske eigentlich mit Creme-Konsistenz, genau, oder die man halt nicht abnehmen muss, sondern drauf lassen kann. Ja, das war gestern. Heute früh haben wir jetzt gerade einmal alle Morgenroutine gemacht. Ich habe Lara einmal gerade komplett umgezogen, fresh gemacht schon, die ist jetzt schon komplett ready. Die Jungs sind jetzt im Kindergarten, ich stehe jetzt kurz vorm Lidl, weil ich zwei Kleinigkeiten hole und dann geht es auch direkt ab nach Hause. Ich habe gestern kein zweites Video online gestellt, genau, das war aber aus einer Berechnung heraus, also ich habe ein bisschen rumgerechnet, wann welcher Blog online kommt und so weiter und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aus dem Grund kommt auch heute kein Blog online, sondern ein Temo-Haul, genau, den habe ich gestern noch geschnitten, der ist auch komplett fertig, den werde ich gleich online stellen. Ich muss nur noch das passende Reel dazu schneiden, das habe ich nämlich gestern nicht mehr geschafft, das mache ich noch und sobald das fertig ist, werde ich dann beides gleichzeitig online stellen. Genau, ansonsten steht heute nicht großartig irgendetwas an, deswegen möchte ich versuchen heute endlich mal ein bisschen mit meinen Unterlagen klar shift zu machen und das hatte ich mir eigentlich für die Woche vorgenommen, deswegen, wenn Lara ihre erste Schlafensphase hat und ich ja heute eben mein Video und so weiter schon fertig habe, versuche ich dann mal ein bisschen was mit meinen Unterlagen hinzubekommen und wenn sie dann wieder wach ist beziehungsweise ihre nächste Schlafensphase hat, dann versuche ich mal ein, zwei Videos zu schneiden, dass ich fürs Wochenende ein bisschen safe bin. Wir sind nämlich am Wochenende ein bisschen verplant, unter anderem kommt die Taufpatin von Lara. Lara hat zwei Taufpatin, also bei den Jungs war es so gewesen, meine Schwester ist immer die Taufpatin gewesen und dann jeweils die zwei besten Freunde von meinem Mann. Also Samu hatte zwei Taufpatin und Lies hat zwei Taufpatin, einmal die besten Freunde, dann meine Schwester und bei Lara wird es so sein, ist auch wieder meine Schwester die Taufpatin. Und eine sehr, sehr, sehr langjährige, eigentlich von Geburt an Freundin der Familie von meinem Mann. Die ist auch in unserem Alter, wir verstehen uns super, super gut und sie ist auf jeden Fall die zweite Taufpatin sozusagen und die besucht uns am Sonntag, genau. Samstag kam mir noch nichts vor, es soll ja gutes Wetter werden, deswegen war ich so ein bisschen am überlegen, ob wir vielleicht dann zu diesem Park fahren, wo wir letzte Woche schon hinwollten. Müssen wir mal gucken, weil irgendwie macht das Wetter momentan wirklich, was es will. Also heute sollten es bis zu 18, 19 Grad werden, bewölkt, kein Regen, alles super. Was passiert? Ihr seht's, es regnet. Also irgendwie, man kann sich absolut gar nicht aktuell aufs Wetter verlassen. Das ist eine absolute Katastrophe. Wirklich, wenn es heißt, es regnet nicht, dann regnet's und wenn es heißt, es soll regnen, gestern zum Beispiel, war angesagt, ab 10 Uhr durchwärtig, bis nachts soll's regnen. Es hat ein paar Mal kurz geregnet und zwischendurch mal nur genieselt, aber es war fast die ganze Zeit trocken und sogar Sonnenschein. Also wirklich, man guckt aktuell den Wetterbericht und man kann sich eigentlich nur denken, okay, ich nehme komplett das Gegenteil, was da angesagt wird. Ich hoffe es nicht, weil fürs Wochenende sind es irgendwie paarundzwanzig Grad, ich glaube, 21 Grad angesagt und sogar leichte Sonne. We will see. Es war ja letzte Woche auch so angesagt. Nee, nicht letzte Woche. Letzte Woche war ja Osterwochenende, das Wochenende davor, genau. War ja, war es ja genauso angesagt und dann hat es irgendwie den ganzen Tag geregnet und gehagelt und gestürmt und also wie gesagt, ganz, ganz, ganz komisches, stranges Wetter momentan. Also, we will see. Oh Gott. Ach, übrigens, Update zum Friseur. Ich habe gestern meinem Friseur ja geschrieben, das habe ich euch ja gesagt und die haben mir dann auch relativ zeitnah zurückgeschrieben, dass die Samstage komplett ausgebucht sind. Der erste Samstag, der frei ist, ist der 8.6. Vor allen Dingen sind wir da im Urlaub, aber der 8.6. Ich habe mir schon gedacht, dass es ein paar Wochen dauern wird, bis die wieder einen Termin, vor allen Dingen samstags, frei haben, aber dass es dann doch schon so im Juni ist, hätte ich nicht gedacht. Das war so ein kleiner Schocker und ich so, okay, shit, was machst du denn jetzt? Da habe ich abends mit meinem Mann gesprochen und habe gemeint, ja, ich frage einfach mal meine Mama, wann sie einen Tag frei hat, dass sie herkommt. Weil sie sagt sowieso ständig so, macht ihr doch auch mal was und so weiter, oder beziehungsweise wenn ich mal was brauche, weil ich immer das halt immer mit meinem Mann abspreche, dass wir uns da irgendwie ergänzen und ich nicht sie extra herkommen lasse, weil es halt schon immer so ein Akt ist, von Frankfurt hierher zu kommen und da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen und auf jeden Fall lange Rede, Gott sei Dank. Mein Mann hat dann gesagt, ganz ehrlich, er hat so viele Überstunden, er kann locker einen Tag frei nehmen oder ich nehme einen Termin, weil wenn ich morgens losfahre, zum Beispiel, ich habe halt gedacht, ich fahre frühmorgens los, dass ich dann am Mittag, wenn die Jungs von der Schule, wollte ich gerade sagen, vom Kindergarten nach Hause kommen, dass ich dann halt wieder daheim bin. Aber mein Mann meinte, das ist gar nicht das Wichtige, also das ist überhaupt gar kein Thema, dass er alleine mit den Kids ist. Es ist viel besser, dass ich nachmittags fahre, dass er morgens ein paar Stunden arbeiten kann, so bis um zwölf, dass ich so um zwölf losfahre, dann nehme ich so um 14 Uhr meinen Termin. Ich brauche ja so anderthalb Stunden ungefähr dorthin und das wäre viel besser, weil dann würde er sich einen halben Tag Urlaub nehmen und um zwölf Uhr dann ab da gechillt mit Lara chillen und um vier Uhr dann die Jungs abholen. Und so haben wir es jetzt auch vereinbart. Ich habe gestern Abend dann nochmal meinem Friseur geschrieben und gesagt, hey, wann ist euer erster freier Termin um 14 Uhr? Also ab 14 Uhr und auch egal welcher Tag. Genau, und den werde ich dann nehmen. Ich bin mal gespannt. Sie haben bestimmt auch nachmittags vielleicht nicht so viele freie Termine, keine Ahnung. Aber es ist wirklich besser, weil wenn ich um 10 Uhr zur Schule bei denen sein möchte, muss ich halt locker, was weiß ich, wie viel Uhr hier losfahren. Also wie gesagt, ich brauche, von Frankfurt aus haben wir immer eine Stunde gebraucht und von hier brauchen wir so anderthalb Stunden. Aber das ist ja dann morgens komplett im Berufsverkehr. Also da kann ich irgendwie gefühlt drei Stunden vorher losfahren. Das ist halt wirklich sinnfrei. Deswegen macht es schon mehr Sinn zu sagen, okay, ich fahre so gegen 12 Uhr los. Dann bin ich gegen, also theoretisch 1,30 Uhr da, aber habe dann noch so einen Puffer von einer halben Stunde, falls doch irgendwie Stau sein sollte, ich keinen Parkplatz finde oder irgendwie irgendwie sowas. Genau, deswegen, mal gucken, was die mir antworten. Ich hoffe, dass sie da jetzt irgendwie schneller einen Termin haben. Das wäre sehr, sehr nice. Ich habe gestern wieder, ich habe meine Haare Luft trocknen lassen. Ich habe einfach mit einer Spange so meine Haare so ein bisschen zusammen gemacht und die dann einfach Luft trocknen lassen. Weil ich habe gar keine Motivation, meine Haare irgendwie zu stylen, weil da eh nur Mist bei rauskommt. Die sind halt einfach viel zu lang, viel zu lang und auch unten sind halt nur noch so Fusseldinger. Das heißt, egal, was ich mache, es sieht einfach bescheuert aus. Also wenn ich Locken mache, dann ist da unten nichts mehr. Wenn ich Sieglette, ist da unten nichts und ich habe halt keinen gescheiten Schnitt und so weiter und deswegen macht es gar keinen Spaß mehr, irgendwelche Frisuren zu machen, weil es sieht irgendwie gefühlt alles so, keine Ahnung aus. Ich habe jetzt gerade voll motiviert, mir hier so einen Hohenzopf gemacht, so eine Half-Up-Half-Down-Ding, aber die sehen gerade gar nicht so lang aus. Ich muss euch das mal zeigen beim Spiegel. Die gehen mir halt wirklich bis zu den Hüftknochen. Also wirklich bis zu, wenn ich gerade stehe, bis zu meiner Hüfte und wenn ich sie nach hinten habe, dann halt wirklich bis zu meinem Po und nicht oben, sondern wirklich weit. Also ich hatte, glaube ich, bin ich der Meinung, noch nie so lange Haare wie jetzt gerade und ich war, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben so lange nicht beim Friseur wie jetzt. Also geht gar nicht. Da muss echt einiges abgeschnitten werden und ich möchte dann auch jetzt mit der Farbe ein bisschen spielen und rum experimentieren, aber vor allen Dingen in allererster Linie geht es mir echt um den Schnitt. Das muss echt ab. So, jetzt habe ich mal auf zu quatschen. Ich gehe ein paar Sachen holen und dann melde ich mich später im Laufe des Tages wieder, ihr Lieben. So, ich bin wieder daheim. Das ist alles mitgekommen. Deswegen bin ich überhaupt erst hingegangen. Mein Mann hatte mich gebeten, er ist nämlich gestern beim Lidl rein und es war alles ausverkauft und die meinten, die füllen immer morgens auf. Es gibt aktuell Lama, Jun, Pedia und so weiter zu kaufen. Die sind wirklich lecker, haben wir immer wieder gekauft, wenn es die beim Lidl mal, also in dieser Werbung gab. Da wird es drei Packungen mitgenommen. Hier sind zwei Stück immer drin. Genau, ich habe mich jetzt für die Rindfleisch-Variante entschieden. Da habe ich noch mal Käse mitgenommen. Salz ist uns leer gegangen oder ist fast leer. Brezel sind auch so gut wie leer. Chips sind auch komplett leer, deswegen habe ich einmal salzig, einmal Paprika mitgenommen. Samo mag die auch so gerne. Dann hat der Samo sich Donut gewünscht, mein Mann auch. Der Lias hat sich ein Croissant gewünscht. Für mich habe ich ein Brötchen jetzt zum Frühstück mitgenommen. Dieses Energy-Drink-Dings, muss ich gucken, wenn ich das gebe. Ich trinke es nicht, das gab es aber gratis in der App, deswegen habe ich es mitgenommen. Und Pringles waren im Angebot. Das sind die Lieblings-Pringles von meiner Schwester und von Lias. Die atmen das weg, wenn sie das sehen. Aber ich habe das jetzt wirklich das zweite Mal gerade mal für den Lias mitgenommen. Aber der hat so gefeiert, das letzte Mal. Und die Packung, diese hier ist zum Beispiel gestern leer gegangen. Das ist die von meinem Mann. Der isst die sehr gerne. Ich esse die auch, aber das sind so seine Lieblingschips. Und die Packung ist gestern leer gegangen und wir haben die gerade mit in den Kindergarten genommen. Der Lias bastelt da irgendwas mit diesen Packungen. Keine Ahnung. Also wir nehmen immer mal wieder sowas mit. Und ja, mit so Dingern kann man gut basteln. Auf jeden Fall bitte die wieder bestimmt mitnehmen wollen. Ja, das sind die Sachen, die ich einmal gerade mitgenommen habe. Verräume ich gerade mal. Und dann meine Süße. Gucken wir zwei, was wir machen. Achso, ich habe sie übrigens schon umgezogen. Habe ich glaube ich schon erzählt. Die hat heute ein Letzchen an. Richtig, richtig süß mit so Einhörnern, die fliegen können. Der ist von Primark. Dann hat sie einen Pulli an. Der ist von Tommy Hilfiger. Die Hose sind richtig richtig schöne, lockere und da ist hinten am Puppel so ein kleiner Steifbär drauf. Und die Socken sind die, die wir jetzt bei C&A mitgenommen hatten. Genau. Ja, das ist ihr OOTD. So, ich verräume das jetzt mal alles und dann gucken wir mal, ob wir spielen oder ich mit der Arbeit starte. Je nachdem. Ich weiß die kleine Mausier mag, aber aktuell ist sie noch gechillt und nuckelt an ihrer Hand. Ja, die Zähnchen sind echt am kommen, gell? Die sind am Start. Leute! Ich habe einen Priseurtermin. Ich bin so glücklich. Und zwar schon nächste Woche, Mittwoch. Oh mein Gott. Ich habe, ähm, habe ich euch das jetzt vorhin erzählt? Doch, ich habe es euch, glaube ich, erzählt, dass mein Mann gesagt hat, so hey, mach irgendeinen Termin unter der Woche. Ist gar kein Thema. Er macht halben Tag frei oder ganzen Tag frei. Er hat so viele Überstunden. Und dann hatte ich denen ja gestern noch geschrieben und gesagt, hey, irgendeinen Tag, egal welcher, ab 14 Uhr. Und die haben mir einfach geschrieben, nächste Woche, Mittwoch, ist bei meinem Friseur, ähm, ich mache ja immer, bin ja immer beim Rosario, ist was frei. Und, ja, nächste Woche geht Mami zum Friseur. Ich freue mich übertrieben. Oh mein Gott. Ich habe ja gestern ganz, ganz lange, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erzählt. Ich bin durcheinander. Ja, Süße. Ähm, Ich habe gestern ganz lange nach Friseurin tatsächlich geschaut. Ich stelle euch mal kurz hier. Okay, mein Handy will gerade nicht. Äh, jetzt. Ich habe gestern ganz lange nach Friseurin tatsächlich geschaut. Ähm, und bin nicht fündig geworden. Also immer, wenn ich von der Seite her gedacht habe, von der Homepage, die sind ja immer gut aufgebaut, also es ist immer gut aufgebaut, aber die sind ja immer so aufgebaut, dass da ja immer nur tolle Sachen sind und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, habe ich mir immer die Instagram-Seite angeguckt. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile, das heißt mittlerweile schon lange, Instagram hat halt dann so voll, da sieht man dann auch, wenn die Kunden mal was gepostet haben oder wie es wirklich ausschaut und ohne, dass es irgendwie, was ist los, meine Süße? Was ist los? Wollen wir gleich was essen? Mua! Hm? Mua! Du kleines Monsterchen! Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann immer die Instagram-Seite angeguckt und ich habe sie nie gefeiert. Nie! Ich fand sie wirklich bei keinem einzigen was, also es gab so ein, zwei, wo ich gesagt habe, ah, das und das Bild sieht ganz gut aus, so, ja, kann man machen, aber der Rest war dann so, so altmodisch, so altbacken, so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe einen Friseur gesehen gehabt bei Tara, da geht auch die Farina hin, aber die sind ja in Köln. Der ist halt richtig, richtig gut, dieser Friseur, auch arschteuer, aber in Köln, das heißt, ich fahre da auch zweieinhalb, drei Stunden hin, dann kann ich auch gleich nach Mannheim für die anderthalb Stunden fahren. Das Ziel war es ja eigentlich gewesen, etwas in der Nähe zu finden, gell, dass man mir nicht so weit fahren muss. Aber ganz ehrlich, ich gehe ja wirklich selten zum Friseur und wenn ich dann mal gehe, dann nehme ich halt eben auch die Fahrt auf mich, was soll's, ganz ehrlich, ich habe wirklich lange gesucht und dachte mir nur so, boah, nee, wenn die dir die Haare versauen. Ich habe dann einen gefunden in Frankfurt und da haben mir so ein paar Bilder gut gefallen und ein paar waren dann aber auch wieder so altbacken und so, oh, keine Ahnung, ich war mir nicht so sicher, aber ich habe mir das dann mal angeschaut und dachte mir so, ah, ist es okay, es haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ganz ehrlich, die Preise waren auch voll krass, also für Balearsch schneiden, und Tönung und so weiter, halt Abmattierung, je nachdem was, war es auch, hat es bei 280 Euro gestartet, je nachdem, wie lang die Haare halt sind, meine sind lang, also komme ich bei den gleichen Preisen raus, wie ich auch in Mannheim bin, von daher aus, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich fahre am Mittwoch nach Mannheim, ich freue mich übertrieben, dass meine Haare wieder gerichtet werden, gell, ich habe sie jetzt mir so hochgezwirbelt hier, die sind auch schon wieder rausgewachsen, also meine Haare wachsen halt einfach so schnell, deswegen, es ist halt auch der Grund, warum ich wieder heller werden möchte, damit es halt nicht so ein krasser, dass es nicht so krass einfach aussieht, immer mit diesen rausgewachsenen, durch die dunklen Haare, sehe ich immer aus, dass ich hier voll die krasse Glatze hätte und, ach, keine Ahnung, ich muss halt, ich habe halt einfach momentan, theoretisch habe ich die Zeit, mir alle zwei Wochen die Haare zu färben, damit es immer gut ausschaut, aber ich habe keinen Bock drauf, ich sage es euch, wie es ist, ich habe einfach keine Lust, mir alle zwei Wochen die Haare zu färben, deswegen möchte ich einfach wieder ein bisschen heller werden, nicht zu hell, es soll in so einem Karamellton sein, mit so ein paar Farbverläufen und, ja, ja, dass der Übergang mit dem Auswachsen, mit dem Rauswachsen einfach nicht zu krass halt eben ist. Du, meine Süße. Ja, auf jeden Fall, am Mittwoch ist es soweit, ich nehme euch natürlich mit, ich freue mich, ich bin so aufgeregt. Ja, ich habe, wie gesagt, meine Haare gerade hochgemacht, weil die zu lang sind. Egal, was ich mache, wenn ich auf die Toilette gehe, meine halben Haare sind in der Toilette, wenn ich Essen mache oder mich dann hinsetze, meine ganzen Haare fliegen mir ins Gesicht und Lara hat eh ihren Spaß, mir das da rauszuziehen und überhaupt, meine Haare sind wirklich übertrieben lang. Ich versuche euch unbedingt mal, dass die Tage, bevor ich die jetzt schneiden lasse, spätestens beim Friseur mal zu zeigen, wie lang die eigentlich sind. Ich muss mal ein helles Oberteil anziehen und euch das dann zeigen. Das ist wirklich nicht mehr, das sieht einfach nicht mehr schön aus. Also wie so ein, keine Ahnung, einfach so wuchern lassen, richtig schlimm. Also wirklich, am allermeisten freue ich mich auf einen richtig schönen, frischen, neuen Schnitt. Ah, mein Friseur hat mir gerade geschrieben, okay ist eingetragen. weil die haben mir den Vorschlag geschickt, ich habe zugesagt und jetzt haben sie mir die Bestätigung geschickt. Ah, ich freue mich, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Süße. So, meine kleine Prinzessin kriegt jetzt ein bisschen Brei, dann eine Flasche und dann chillen wir mal ein bisschen und spielen. und ja, ich habe gerade bei Amazon so ein paar Sicherheitsdinger bestellt, also so Kantenschutzsachen. Wir haben jetzt nicht so viele Kanten hier, muss ich sagen, also wir haben ja einen runden Tisch, also der Couchtisch ja zum Beispiel ist rund, hier den großen Tisch muss ich auf jeden Fall, die Kante, also vier Kantendinger brauche ich und am allermeisten eigentlich für unter der Treppe, weil ich zeige es euch gerade mal. Also hier ist es jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, weil hier ist eher alles rund und so weiter und hier, also die Kanten, die da, die muss ich auch zwei Stück Schütz, einen Schub dran machen, aber das hier ist halt eine absolute Katastrophe. Hier diese ganzen Dinger muss ich auf jeden Fall schützen, weil wenn die dann langsam bald anfangen, mit dem Krabbeln und Co., da muss man es auf jeden Fall schützen. Auf jeden Fall habe ich da jetzt so ein Set bestellt. Ach, schaut mal übrigens, die Handabdrücke der Kinder. So schön. Lieb ich. Wirklich. Joa, das habe ich bestellt und ansonsten bin ich, habe ich, ich habe ja den Temu-Hall gestern geschnitten. Ach, der Postbote. Moment. Moment. Gerade über Temu, Moment, ich setze dich mal hier hin. Gerade über Temu gesprochen und da kam das nächste Temu-Paket. Meine Schwester und ich haben zusammen was bestellt. Joa, auf jeden Fall habe ich eine Szene vergessen, ins Video zu schneiden. Das hat mich so geärgert, dass ich das gerade nochmal reingeschnitten habe, nochmal neu abgespeichert habe und es jetzt gerade nochmal neu hochlädt. und dann werde ich das Reel noch schneiden und das dann beides online stellen. Richtig schief gelaufen irgendwie, aber naja. Ich habe schon einige E-Mails aber beantwortet und hier durchgesaugt, bevor sie wach geworden ist. Ich muss auf jeden Fall später noch wischen und ja, das macht ihr jetzt Spaß, an der Tüte rumzufummeln. Oh Mann. Ja, aber jetzt kriegst du erstmal ihr Essen und wenn du dann Happy Baby bist, dann mache ich sie weiter. So, wieder daheim. Wir haben mittlerweile Viertel nach Vier. Ich habe die Jungs gerade vom Kindergarten abgeholt und war noch ganz kurz beim DM drin, weil wir brauchten ganz dringend von Denkmit diese feuchten Allspecktücher. Ich habe da direkt mal zwei Packungen mitgenommen. Genau. Und Lara hat heute das hier gegessen. Ich weiß nicht, warum ich das das letzte Mal nicht gesehen hatte, aber es gab es auf jeden Fall und zwar diese reine Pastinake. Sie hat jetzt bestimmt über die Hälfte gegessen und sie hat heute auch das erste Mal so richtig geschluckt. Davor war es immer so ein bisschen was mit der Zunge raus oder alles mit der Zunge raus. Dann ist bestimmt aber auch mal was den Rachen runtergelaufen. Aber heute habe ich das erste Mal gehört, dass sie so richtige Schluckgeräusche gemacht hat. Ich habe ihr übrigens gestern kein Brei gegeben. Ich mache immer mal Pause dazwischen und gucke halt einfach so, wie ich denke, dass es richtig für sie ist sozusagen. Und ich habe ihr heute drei oder vier Löffelchen warm gemacht und sie hat bestimmt die Hälfte ungefähr davon gegessen. Und das hat bis jetzt am besten funktioniert. Also Karotte hat am schlechtesten funktioniert, wobei das auch der Start war. Da hat sie, das war ja für sie ganz neu. Dann hatte ich weitergemacht mit Kürbis. Das war naja, so auch eher schlecht und das war jetzt das erste Mal, dass es echt gut funktioniert hat. Also am besten, sagen wir es mal so. Und dann habe ich das hier noch gesehen. Sowas wollte ich jetzt schon länger mal bestellen für hier unser Kochfeld für Glas, Keramik, Platten oder Ceranfelder halt eben so einen Kratzer, so einen Schrauber nennen sie das. Hier sind auch zwei Ersatzklingen drin, also um das richtig, man kann zwar schrubben, 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 man schrubbt sich so tot. Sowas finde ich auf jeden Fall besser. Da muss man nur extrem aufpassen. Man braucht einen gewissen Winkel. Wenn man irgendeinen blöden Winkel macht, zu sehr links oder rechts drückt, dann macht man sich das komplette Feld kaputt und haut sich einen fetten Kratzer rein. Also wenn ihr das noch nie gemacht habt oder nicht wisst, wie es geht, dann lieber die Finger von lassen. Tatsächlich. Also da muss man echt aufpassen. Genau. So, wir, beziehungsweise die Jungs, denen habe ich einen Snackteller gemacht. Lara spielt gerade unter dem Spielebogen. Ich werde eine Kleinigkeit jetzt kurz noch am Laptop fertig machen. Das dauert aber nicht lange. Fünf, maximal zehn Minuten sowas um den Dreh. Und dann gehen die, glaube ich, mal ein bisschen in den Garten raus. Ich habe hier auch die Tür offen, die Sonne scheint. Das ist richtig schönes Wetter draußen. Es war super heiß, als wir jetzt gerade draußen waren. 19 Grad, ich musste wirklich die Fenster ein bisschen runterlassen im Auto, weil es wirklich sehr, sehr warm war. Also voll angenehm, richtig schön. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Tage. Da soll es ja noch wärmer werden und es ist ja Wochenende, von daher aus Vorfreude.